und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen projekt und zwar unturned mit King Freddy White wie man sieht wir sind schon ein bisschen besser equipped. Nee eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Vor allem ich nicht. Nein ich auch nicht. Aua. Er hat seine AK Sniper mit Shell Dämpfer und Bayonet. Ich habe meine P90 mit russischem 7x Fernrohr und Taktik Light und wir haben hier unsere kleine Basis. Ich würde behaupten wir sind ganz gut vorbereitet. Wir machen Generator Plussis alles hell hier. Ja. Wir sind allerdings nicht online sondern auf dem privaten Server den Freddy hostet. Das ist theoretisch online. Ich glaube weiter online geht das nicht. Hörst du bitte auf da rein zu schießen? Ich schlag da rein. Du hast bei mir den AK in der Hand. Ja ich habe beide nicht vorne dran. Achja Aua. Habe ich vergessen. Ja auf jeden Fall wir haben noch schon ein bisschen gespielt. Ante ist halt sowas wie eine Mischung kann man sagen wie Daisy und Minecraft. Also es macht viel mehr besser als Daisy Standalone. Vor allem weil das Spiel funktioniert aber nichts gegen die Daisy Standalone ist ja das beste Spiel der Welt. Ja und auf jeden Fall man kann Waffen verbessern. Man kann looten. Man kann craften. Man kann zum Beispiel solche Lampen aufbauen wenn man nichts zu tun hat. Und man kann Kisten craften und dafür braucht man auch Skills. Braucht man totes viel Zeug. Ja Skill braucht man dafür. Und es gibt auch noch ein Skills System. Wie man sieht ich habe hier schon ein bisschen gespielt. Ein bisschen mehr als er sogar noch. Ja ich bin einfach ein paar mal mehr gestorben. Ja ich bin so seitdem wir die diese Bars hier haben nicht mehr gestorben also. Und ich so 6 oder 7.000 Mal. Ja normalerweise spielt Kishi hier auch mit. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber der ist momentan wieder mal tot. Ja. Und jetzt wird es gerade Nacht. Das ist jetzt doof für die Aufnahme. Ich mach mal hinten. Ähm das Polizeiauto ist meins. Das grüne ist auch meins. Und das ähm der RVG ist Freddy Sander. Der RVG? Der Humvee. Was für RVG? Ja Humvee. Was soll RVG bedeuten? Kannst du mir das bitte sagen? Keine Ahnung hab ich ihn gerade ausgedacht. Ja der Humvee ist Freddy Sander. Wobei das R. Das ist kein Humvee. Das ist ein Humvee. Nein das ist kein Humvee. Klar der heißt sogar so. Hä wo sind irgendwie die Autos heißen? Äh Internet. Achso okay. Ich kann übrigens nicht auf den zweiten Sitz mehr gehen weil da meine Aufnahmetaste drauf ist. Weil wenn man da wenn man hier sitzt dann kann man mit F1 bis F6 die Tasten ändern also den Platz ändern. Und da auf F2 meine Aufnahmetaste ist kann ich nicht auf den zweiten Platz gehen. Ja man kann sich boxen. Wir haben keinen PVP an. Was auch ganz gut ist bei uns beiden. Ja vor allem wenn Kishi auf dem Server noch wäre dann wäre er die ganze Zeit. Ja. tot. Ja genau. Wir würden ihn einfach jagen. Ähm und Fallen die man selbst gesagt gemacht hat äh machen einem keinen Schaden ohne PVP. Das heißt wir können jetzt ja die ganze Wand rot färben. Wir wissen aber nicht ob es auch mit PVP Schaden macht weil wir es noch nie ausprobiert haben. Ja genau. Aber wir denken einfach mal. Wir wollen ja nicht sterben also wenn dass wir Kishi das ausprobieren. Ey Kishi komm mal her Autos. Nom nom nom. Hab ne Karotte erstmal gegessen. Am geilsten war einfach sein Blick als ich dich mit der Chainsaw angegriffen hab. Gut wir machen jetzt schon 4 Minuten effektiv nichts. 4 Minuten? Ja. Wir haben 4 Minuten effektiv das Spiel erklärt. Also wir hatten eigentlich vor auf die Karte. Ich mach die mal auf. Wir wollten eigentlich. Moment ich muss ins Licht gehen das sieht man so schlecht. Achja du hast ja eine Karte mit ne. Ja. So hier. Wir wollen also wir sind jetzt bei diesem roten Punkt. Und sonst ist die komplette Karte. Ich zeig's euch auch mal. Wir waren so ziemlich überall. Wir sind da. Und ähm. Und ähm. Ja und ähm. Wir wollten jetzt eigentlich auf die Holman Island. Weil wir überall anders waren. Ja. Auf dem San Peters Island. Da ist ein Heli Crash. Da waren wir schon. Da oben. Auf dem Curtin Island ist. Ja. Auf dem Curtin Island ist ein Schiffswrack. Und wir waren so ziemlich überall. Bis auf jetzt. Äh. Technisch Campground. Alton Isle. Und Holman Island. Da wollten wir jetzt eigentlich hin. Aber das Nacht ist. Gehen wir trotzdem hin. Genau. Hab ich jetzt mein Magazin gedroppt? Nein. Gut. Ich hab seit neuestem immer Angst. Dass ich mein Magazin verliere. Weil. Das ist ein bisschen komisch in diesem Spiel. Und Autos brauchen Benzin. Genau. Man hat einen Rucksack. Je nachdem welchen Rucksack man hat. Hat man Inventarslots. Man hat keinen Rucksack. Muss einen Fin. Ja. Standardmäßig hat man halt vier Slots. Ohne Rucksack. Dann gibt's verschieden große Rucksäcke. Wie auch aus DayZ glaube ich. Ich kenn mich da ja nicht so aus. Ja. Gibt's den größten natürlich. Das war jetzt doof. Ich hab mich gerade ausgezogen. Man kann übrigens auch nackt rumlaufen. Aber das wollen wir nicht. Fahren wir mit deinem Auto? Eigentlich schon. Ja klar. Okay. Dann fährst du. Und ich snipe auch raus. Ja. Du kannst ja nicht rausschießen. Oder? Oder kannst du rausschießen? Klar kann ich rausschießen. Okay. Cool. Nein. Halt. Ich sitz nicht drin. Hinter dir ist ein Zombie. Und ich hab nen Katana. Weil Katana super sind. Ich hab nen Golfschläger. Weil der Golfschläger einfach OP ist. Ich hab übrigens auch noch mal Licht. Die Goldvariante von dem Spiel. Aber. Die können wir gerade nicht spielen. Weil er sie nicht hat. Ja. Ich muss sie mir erst noch kaufen. Und ich hab keinen Paypal Account. Und mein Auto brennt schon mal. Wieso brennt dein Auto? Keine Ahnung. Das ist glaube ich immer so. Immer nach dem Sager. Wenn der erste mich angreift, dann krieg ich Schaden. Aber ich hab hier ne Blowtouch zum Glück gefunden. Direkt in der ersten Minute. Was das beste Item der Welt ist. Äh. Für Zombies töten kriegt man XP. Dadurch kann man auch das Skillsystem Wetter verfeinern. Ähm. Und ich loote gern mal alle Zombies weg. Ja. Keine Ahnung wo wir hin müssen übrigens. Ich. Auch nicht so richtig. Ich war hier rechts drin. Äh. Jetzt rechts irgendwo. Du hast die Karte. Du kannst mir ja immer die Karte geben. Dann kann ich's dir sagen. Am Arsch. Du weißt, dass du sie nie wieder kriegen würdest. Ach genau. Sie mein Zivilien MVG. Ich glaub das ist die Inso. Ja. Die ist ein bisschen nah. Halt mal aus. Nein. Ein Auto. Nein. Ein Auto. Ich halte dich auf. Danke. So. Was? Ich schätze mal meine Aufnahmen. Wir haben es abgeschmiert. Ja. Und damit herzlich willkommen auch wieder zurück zu meiner Aufnahme. Ich hatte gerade einen kleinen Bug. Ich schwimme in Freddys Arsch. Darf ich in dich? Äh. Er schwimmt übrigens schneller als ich, weil er weitergeskillt ist. Ne. Er schwimmt nicht mehr schneller als ich. Ja. Doch. Tut er. Okay. Ich hab übrigens gerade Cola mit dem Mund aufgemacht, weil ich im Profi bin. Richtig Profi auf jeden Fall. Da musst du weiterschwimmen. Ich hab nur eine Hand frei gehabt. Also Taschenlampe oder so? Ja. Ich mach grad schon Licht. Ich hab doch ne Taschenlampe an meiner P90. Oh. Ich hab grad ne Nachricht gekriegt. Ich hab ne AK an meiner AK. Ich hab ne AK an meiner AK. Okay. Ich hab grad ne Nachricht gekriegt übrigens. Ich hab übrigens doch ne Taschenlampe, falls du eine willst, ne? Ne. Okay. Kriegst du auch nicht. Ich hab ein Bayonet. Danke. Dann nicht mal ne richtige Taschenlampe, nicht für Waffe. Ne. Wollte ich gar nicht haben. Auf dieser Insel wird auf der anderen Karte etwas Großes angezeigt. Ich schätze mal, das ist nicht das da. Am Ende wurde sowas ein, wenn's nicht das dann irgendwie ein Benzinlager ist oder so. Wahrscheinlich. Äh. Man kann übrigens auch. Ne. Ähm. Ne. Okay. Man kann Bäume fällen, wenn man ne Axt hat und dann Kettensäger. Mit der Kettensäge macht's mir ja Spaß. Renn mal nicht so. Ich geh gar mal. Ich komm überhaupt nicht hinter dir her. Wo bist du? Da. So und da hinten ist das Haus. Da hinten ist ein Haus. Und da ist ein Zombie. Schaut gar keiner. Wo? Da. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich seh ja kein Zombie. Ich treff den nicht. Der ist rechts neben dem Haus. Ich seh ja kein. Oh meinst du den da? Ich mein den da. Da ist auch einer. Tomlis werden übrigens auch von Waffenlärm angelockt, aber da ich einen Schalldämpfer hab, ist mir das komplett egal. Ja, von mir werden sie noch angelockt, aber ich möchte das auch. Außer wenn du nur der Armbrust schießt. Ja, aber der Armbrust hat nicht so ein genaues Ziel. Private Property. Weißt du, wie du das gemacht hast? Hä? Verschwende nicht so viel Munition. Wir haben zu viel. Ist hier was Schönes drin? Hm. Ähm. Magazin. Juri. Winchester. Juri ist für die Uzi. Das heißt, ich kann doch mal eine coole Uzi weiterverwenden. Ja, dann nimm mit. Wow. Ich hab's nicht mitgenoddigt in der Ecke. Gut gemacht. Ähm. Hier liegt ein Poncho. Kannst du ihn mitnehmen? Nein, den Poncho zeige ich nicht. Ähm. Hier liegt ein Bandana. Cool. Alter, hier ist ein Bunker. Sehe ich jetzt gerade irgendwie extrem schwul aus? Ey, komm mal her, hier ist ein Bunker. Du bist doch... Warum? Schon wieder disconnected? Ja. Ja, wieder... du wirst die ganze Zeit wegen unsuspecten... Okay, Moment. Ähm. Mein Bildschirm packt auch gerade rum. So, wieder da. Na? Ich darf scheinbar nicht rennen, weil ich dann von Freddy's server gekickt werde. Ist ein bisschen doof. Das ist auch so erst als neuer Update so. Wo bist du? Wo bist du? Auf jeden Fall. Wo bist du? Ja. Hier hinten. Ach da. Also man muss sagen, es gab bisher echt viele, viele Updates. Also wir spielen jetzt jetzt seit drei Tagen und jeden Tag kam ein neues Update. Wollen wir jetzt reingehen? Ich geh da schon runter. Also ich hab ein bisschen Angst vor Leitern. Weil... Ah. Genau deswegen. Ich mach Licht, ne? Ja. Aber warte, ich geh mit der Taschenlampe rein. Jury Magazin. Brown Pants. Kann man nicht zwei... Ach, man kann nicht Taschenlampe und, äh... Dingens haben. Schade. Bottled Water. Okay. Bottled Water? Nein, das ist doch nicht irgendwie schlechtes Water, das ist ganz normales Bottled Water. Ach so, ja, hab ich auch schon gefunden. Ja, aber ist nicht so oft. Da steht ein Feind. Prüttin. Na Axe. Er ist tot. Shotgun Shelves. Das ist übrigens Shelves und nicht Shelves. Sag ich doch. Du sagst immer Shelves. Würde ich aber eigentlich gar nicht. Ich nehm lieber mit. Touch useful. Many Plays. Wow. Ja, ich hab mein, ähm... Ich hab verwenden auf E und nicht auf F. Und deshalb drück ich zwischendurch immer irgendwie Falsch-Taste. Also dann lehne ich mich halt immer zur Seite, weil man sich auf E zur Seite lehnt. Wow, suche Bunker. Du sagst, dass der kleinste, der bringt nur vier extra Slots, dann gibt's glaube ich noch ne Schul-Bag oder so. Ja, genau. Also von der Logik her müsste der Schul-Bag eigentlich der größte sein. Ich mein, da kannst du 70 Kilo reinpacken. Und der militärischen Coyote nicht. Nein, nein. Wo bist du? Alter, so kann man doch nicht spielen. What the fuck? Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen, ähm, naja, Stellung. Warum hallo und herzlich willkommen zurück? Das ist immer noch derselbe Part. Ich hab auch nur hallo gesagt. Nein, du hast gesagt, hallo und herzlich willkommen zurück. Ganz ehrlich? Nein, du hast nur, du hast nur gesagt, also nicht, dass du willkommen zurück bist, du hast gesagt, einfach, weil herzlich willkommen, also. Ganz normal Part. Also, äh, es gibt ziemlich viele Probleme mit dieser Version, haben wir auch gerade im Forum festgestellt. Wegen Gearscheiß wird man gekickt. Ich hatte gerade ein Screen-Resolution-Problem, was er auch schon vorher hatte. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das Spiel ist ja auch noch in der Alpha oder Beta oder Early Access, alles mügt hier. Aber auf jeden Fall, ähm, werden wir dann das Spiel dann weiterführen, werden dann nochmal, also wenn diese, äh, Version dann mal gekriegt ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich morgen. Mal gucken. Ja, und dann rufen wir, der kann euch trotzdem gefallen, wir haben einiges erkundet, ein Bunker, ein Useless-Bunker. Wow. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, haut rein, netto und tschüss. Ich kann dir nochmal kurz das für meine Zuschauer erklären. Ich bin gerade in einer Arena und, ähm, ich denke mal, hier startet man einfach immer vor diesen Stones. Ähm, bis zu eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, sechs, sieben, acht Spielern. Man hat immer was unter sich liegen und damit muss man dann kämpfen. So, dann bin ich mein Partys. Kevich sieht richtig gut in einem Arme an den Kampf. Okay, dann beende ich mein Partys, dann schaubt. Ich sammle hier noch schnell ein paar Pfeiler ein, weil es gibt gerade kaum was. Du redest die ganze Zeit, der kann ich nicht die Partys beenden. Achso, okay, sorry. Äh, tschüss Zuschauer von Freddy. Ja. So, und ich würde dann sagen, ich beende hier auch. Was ist das? Irgendein Seed? Dein Asi. Ich weiß, sorry. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, tschüss. Ja. Ich weiß, es hat euch gefallen.